Leute, kommt jetzt der Solo-Modus am 7. November. Ich habe gerade ein Video aufgenommen und noch während ich am Aufnehmen bin und rätsele, was dieser Post Malone, die Post Melone, was der Teaser-Trailer bedeutet, fällt mir die Schuppen aus den Haaren. Folgendes, wer Post Malone nicht kennt, ist ein amerikanischer Sänger, Rapper und so weiter, der ist wahrscheinlich einer der berühmtesten Spieler überhaupt und hat auch mit It's Timmy die ein oder anderen Runden schon gedreht in Apex Legends. Ich selber habe mit der Musik nichts am Hut, ich kenne diesen Typen nicht. Ich kenne ihn schon seit ein paar Jahren durch Apex Legends, aber ich kenne halt seine Musik nicht. Folgender Trailer ist auf Twitter aufgetaucht und Respawn selber teasert, es ist die größte Partnerschaft seit es Apex Legends gibt. Und wenn wir jetzt genau aufpassen, was Post Malone gleich erzählt und was in diesem Trailer passiert, es kann nur der Solo-Modus sein. Meine Empfindung, ich bin gespannt, was ihr da jetzt rein interpretiert. Doch bevor es losgeht, Season 19 startet in wenigen Wochen. Vergesst nicht meinen Kanal zu abonnieren, denn ich verlose zum Start wieder 1000 Euro, wollte ich gerade sagen, alter so dicke habe ich es nicht. 1000 Coins, 6700 Coins und fette 11500 Coins, natürlich gesponsert vom EA Creator Network. So viel soll noch gesagt sein, ich zeige euch jetzt den Post Malone Trailer. Also wie gesagt, ich hatte bis vor wenigen Minuten absolut keine Idee, was da dahinter stecken könnte. Und als ich so am Erzählen war und am Machen und am Tun, denke ich so, Moment, der liegt da völlig alleine, schreit, can someone rest me? Nichts, Stille, nur ein Echo. Und dann, Bäm. Kann doch nur der Solo-Modus sein. Er selber schreibt auch, two weeks full of mayhem. Ich habe schon wieder komplett meine Sprache verloren. Ich mache den Trailer einfach nochmal ganz kurz an. Wir lassen das mal Revue passieren. Und dann schauen wir mal. Es ist halt, alter, leider wirklich keiner da. Was heißt leider? Keine Sau reagiert, es muss der Solo-Modus sein. Habt ihr eine bessere Idee? Schreibt es bitte in die Kommentare. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Season 19 startet um Halloween. Es müsste der 31. Oktober sein. Und eine Woche später startet genau dieses Post-Melone-Event. Ich bin fett gespannt, ob es jetzt endlich soweit ist. Vielleicht ist das ja dieser Rumble-Modus, der vor ewigen Zeiten mal geleakt wurde. Müssen wir mal abwarten. Und jetzt verbleibe ich mit freundlichen Grüßen und wünsche euch noch einen schönen Abend. Toter Renn, ciao.